von oben sieht man ja zum glück nicht wie die mauern aussehen so farmplot wird gebaut es muss nur einer mal kommen und das ding reinigen so farmplot ist gebaut was hast du für ein problem schön ärzt auf was hast du für ein problem nein ich will den typen anwählen v muss das sein was für ein problem hast du denn also du bist durstig dann geh was trinken du bist es von da unten doch rauskommen ach so du warst doch bin ich bin bauen fertig so da ist ja der farmplot und weil wir es noch aber wir haben es jetzt gerade sommer was wächst denn sweet pots wachsen nicht das ganze jahr über aber cave weed wir gucken einfach mal was haben wir denn hierfür in dem stockpile gelagert cave weed gut weil hier müssten wir plumpel mit blödsinn pigtail drin lagern genau also ist jetzt cave weed an der reihe das wird hier im sommer und im herbst wird cave weed angebaut so gut und es wird doch langsamer zeit was mit der tür da liegt die einfach nur rum ja die liegt einfach nur rum okay ich dachte jetzt schon was ist mit der tür los so nebenbei türen türe 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 noch mehr türen jetzt müssen wir uns nämlich um die schlafdinger kümmern so so dann brauche ich ein weppchen weg unten aber stand sie sieht weppenwerk ist er das hatte ich eigentlich noch gewusst und amos denn es ganz oben auch gut und noch mehr türen so hier ist das schon mal gemacht und da wir so viele türen haben es geht hier ich habe ja ziemlich viele türen produziert betten brauchen wir noch was zur hölle macht der lungenfisch da und dafür ist der lungenfisch in meine baracke gekommen das ist nicht gut die betten sollten nicht gegenüber der tür sein so die betten hier bitte hinbauen bettfarbe ist ja egal so richten wir erst einmal das tränen die trainingshalle hier ein während des building workshop erst einmal die still mit l das wusste ich sogar noch konglomerat stills bauen und dann brauche ich noch die kitchen die kitchen war z genau das brauchte ich gar nicht gucken so was warum ist jetzt mein major ein anderer ich hätte gerne meinen du bist nicht besser du wirst nicht abgesetzt ich habe hier bestimmungsrecht er sieht doch gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt meine waffenkammer so ich habe noch eine andere ganz tolle idee zonen gabelstamm designations b dump items kann ich hier alles dampen ja da werden nur steine gedammt und hier dürften auch nur steine gedammt werden ich habe die 25 eitlers mal wieder die können jetzt steine dampen bitte damit die mal da weg kommen und die da kommt dann später mal weg genau das sieht doch gut aus und wir haben nichts mehr im fluss zum fangen ich frage mich immer noch wie der lungenfisch hier reingekommen ist der muss sich hier gut reingeschmuggelt haben ähm weapons können hier jetzt hingebracht werden und amor amor war dich das sondern die amor kann hier hingebracht werden und ammo müsste auch müsste eigentlich zu den waffen gebracht werden enable und zwar type ja alles was ist mit dir type floodgates coffins bla 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 aber siege ammo kann ruhig da bleiben also ammo leider klopft nicht aber ammo sollte auch dahin gebracht werden bin sind ja beide beidem erlaubt so du kannst wieder aktiviert werden genau schafft die ganzen steine mal weg sehr schön was sagt meine kitchen stocks dass wir noch immer genug alkohol haben jagd tello das da ist ok longland grass kann verbraucht werden wir haben big tates wir haben plump helmets wir haben noch viel zu viele von den anderen seeds ok bags werden glaube ich beim clothfuzzi gemacht und den clothfuzzi habe ich ja noch gar keinen den muss ich auch mal nach dem nächsten nach dieser aufnahmesession mehr ein rauspicken und behältst mich den clothworkshop hier oben hinsetzen oh nebenbei äh da 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 du brauchst jetzt keine ammo mehr aufnehmen und keine armor und keine weapons und du hier oben auch nicht disable so irgendwann stehen hier nur noch zwei große finished good stockpiles wenn ich die steine hoffentlich auch alle losgeworden bin und was liegt da achso das ist vom metzger metzger workshop ja jetzt muss ich warten bis die ganzen steine weggeräumt sind das kann ja auch noch eine weile dauern auch die steine hier in der eingangshalle und alles hier liegt auch sogar noch ein stein rum hier hätte ich gerne doch türen so so und hier barracks armory machen so 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 und Ihr habt euer individuelles Equipment hier und euer Squat-Equipment. Und ich frage mich immer noch, wie die Lungenfische hier reingekommen sind. Ist auch egal. Und wir haben einen Doe-Rabbit. Genau, gib meinem Kranken mal zu essen und zu trinken. Jawohl. Wenigstens wird sich darum noch gut gekümmert. Ich brauche eine Traction-Bench jetzt. Die müsste ja gebaut sein. Oder auch nicht. Habe ich die nicht in Auftrag gegeben? Doch, habe ich. Nein, habe ich nicht. Eine Traction-Bench, bitte. Und auch hier werden die Samen nicht mehr verstaut. Das gibt es doch nicht. Ich meine, hallo, hier sind zwei leere Samen-Dinger. Dwarf getter food. Gnore getter furniture, bodies, refuse. Forbid. Habe ich. Habe du mit. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe. Habe ich. Habe ich. workshop orders activity zone orders preface und wiener preface so ein fisch hin nein das habe ich auch nicht